jo meine freunde was geht ab mein name ist patrick aka mouse master und willkommen auf meinen kanal zurück heute mit der auflösung von dem giveaway der sg 553 statrix xyrix vom enzo der ist auch mit am start und ja damit es mal ein bisschen spannender wird also enzo kann nichts sehen was ich sehe wir sind jetzt nicht irgendwie über skype verbunden der ist einfach nur im team speak und ich habe jetzt hier halt alle kommentare geladen die von diesem video ist sind und ich habe gesehen es sind 44 ich habe auch bei einem paar kommentaren geantwortet und ja ich würde sagen du suchst dir einfach mal eine zahl aus zwischen 1 und 44 einfach irgendeine zahl und derjenige ist einfach der gewinner so machen wir das die fünf die fünf von oben so erster zweiter dritter vierter fünfter alo der tim brockdorfer digga du bist der gewinner herzlichen glückwunsch und wie ich gerade hier sehr hast du auch darüber falls ich gewinnen sollte ich habe vor drei tagen mein steam gearbeitet kann also erst in zwölf tagen handeln na gut okay daran soll es nicht liegen ja also solange würde ich die auch festhalten also hier im tim tim das auf jeden fall gewonnen ich abonniere dich auch damit du das siehst und ja dann würde ich sagen bleibt dran leute es kommen auch noch weitere gewollt als nächstes wahrscheinlich ein live gewollt für euch also lasst euch ja beziehungsweise genau exxl gewollt liebe end so der hat bei sich noch irgendwo in der ecke 20 cases rumliegen die will er aufmachen und ja das werden wir auch aufnehmen und gucken was leckeres rauskommt und das natürlich dann auch für euch und bleibt am ball und dann würde ich sagen sehen wir uns in die nächsten tage oder okay